Der Kurfürst von Brandenburg Die deutsche Herrschaftsbildung und Besiedelung der Region nahm ihren Ausgang von der Altmark westlich der Elbe. Die ersten Bistümer dieser Landschaften entstanden 948 in Brandenburg an der Havel und in Havelberg an alten slavischen Herrschafts- und Kultorten. Seit 968 waren sie dem Erzbistum Magdeburg unterstellt. Diese Christianisierungsversuche scheiterten jedoch überwiegend am Widerstand der slavischen Stämme und führten schließlich zum Verlust der Bistümer. Die Elbe bildet erneut die Reichsgrenze. 1157 gelingt es Albrecht dem Bären, den Slavenfürsten Jaksja endgültig zu besiegen und die Herrschaft über die Burg Brandenburg und die dazugehörigen Gebiete zu erobern. Im 13. Jahrhundert dehnen die Askanier ihr Lehnsland gezielt nach Osten und Norden aus. Klostergründungen und die Anlage dörflicher und städtischer Siedlungen sichern ihre Vormacht. Mit dem Tode des Markgrafen Voldemar 1319 erlischt die Landesherrschaft der Askanier. Um diese Zeit reicht die Mark Brandenburg als Kurfürstentum von Salzwedel im Westen bis an die Mündung von Warte und Netze im Osten. Auf die Askanier folgen die süddeutschen Wittelsbacher, die wiederum von den böhmischen Luxemburgern abgelöst werden. Die neuen, zumeist auswärtig lebenden Herren interessieren sich wenig für die Mark. So können sich die Städte frei entfalten, fühlen sich andererseits in Konflikten mit dem Landadel im Stich gelassen. Brandenburg ist um diese Zeit vielerorts ein Paradies für Raubritter. 1375 verzeichnet das Landbuch Karls IV. fünf geschlossene Gebietseinheiten. Die Altmark, die Vormark Prignitz, die Mittelmark, die Uckermark und die Neumark. 1415 wird Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg vom Kaiser mit Brandenburg belehnt. Damit beginnt die 500 Jahre andauernde Herrschaft der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen. Die Doppelstadt Berlin-Köln wird um 1450 Residenz der Markgrafen und Kurfürsten. Etwa gleichzeitig verlieren die größeren Städte ihre weitgehende Unabhängigkeit. Die Gründung der Landesuniversität 1506 in Frankfurt an der Oder und der Bau zahlreicher Renaissance-Schlösser und fester Häuser sind Ausdruck des aufblühenden Landes. Bis 1575 kommen Cottbus und Peitz zu Brandenburg, aber auch Grossen und die Neumark. Der Dreißigjährige Krieg beendet die Phase des relativen Wohlstandes. Brandenburg wird Spielball der streitenden europäischen Mächte und Durchzugsgebiet der Truppen. Teile des Landes werden verwüstet. Die Einwohnerzahl halbiert sich. 1640 tritt Kurfürst Friedrich Wilhelm die Herrschaft in Brandenburg an. Er stellt ein stehendes Heer auf und schafft damit die Grundlage für die preußische Armee. Langsam bessern sich die Verhältnisse. Den ersten großen Erfolg erringt die brandenburgische Armee bei der Schlacht von Verbelin 1675 im Sieg über die Schweden. Seit dieser Zeit heißt Friedrich Wilhelm auch der große Kurfürst. Er holt 1685 die Huguenotten und andere Religionsflüchtlinge nach Brandenburg, um die Kultur und Wirtschaft des Landes zu fördern. Mit dem Westfälischen Frieden 1648 hatte Brandenburg bereits wichtige Gebietserweiterungen erfahren. Durch den Gewinn von Hinterpommern erlangte das Kurfürstentum erneut Zugang zur Ostsee. Die Stiftsgebiete von Halberstadt und Minden sowie von Magdeburg kamen ebenfalls zu Brandenburg. Durch Erbfolge waren die Kurfürsten zudem seit 1614 im Besitz von Kleve, Mark und Ravensberg und seit 1618 Erbe des Herzogtums Preußen. 1701 setzt sich der Sohn des großen Kurfürsten Friedrich III. in Königsberg in seinem Herzogtum Preußen die Krone auf das Haupt. Diese vom Kaiser gebilligte Standeserhöhung hat auch für Brandenburg weitreichende Folgen. Das weitverzweigte Herrschaftsgebiet wird nun als Königreich bezeichnet. Das Kernland mit Berlin als Machtzentrum geht zunehmend in dem Gesamtstaat Preußen auf. An die Stelle des Roten Adlers tritt der Schwarze Adler. Unter den ersten beiden preußischen Königen erfährt Brandenburg-Preußen vor allem Veränderungen im Innern. Friedrich I. fördert die Künste und Wissenschaften. Der Soldatenkönig baut das stehende Heer als Machtinstrument in der Hand der Krone aus und eine leistungsstarke Verwaltung auf. Unter Friedrich II., der Große genannt, erweitern sich erneut die Landesgrenzen. Bei seinem Tod 1786 hinterlässt er einen Staat, dessen Gebietszugewinn erstmals mit militärischen Mitteln erreicht worden war. Mit der Eroberung weiter Teile Schlesiens vergrößert sich das Staatsgebiet 1745 nach Südosten. Bereits 1744 hatte Friedrich II. Ostfriesland erworben. Durch die polnischen Teilungen kommen nach 1772 östliche Provinzen hinzu. Westpreußen, Südpreußen, Posen und Neuostpreußen. 1791 fällt Brandenburg-Ansbach bei Reut an Preußen. Im Jahre 1806 erlitt Preußen im Koalitionskrieg gegen Frankreich bei Jena eine empfindliche Niederlage. Napoleon marschierte als Sieger ein. Die militärische Schmach löst innenpolitisch eine Krise aus. Endlich gelingt es, Reformpläne in die Tat umzusetzen. Die wichtigsten betrafen die Befreiung der Bauern von der Erbuntertänigkeit, die Selbstverwaltung der Städte, die Gleichstellung von Adel und Bürgertum im Recht auf Landbesitz, die bürgerrechtliche Gleichstellung der Juden sowie Bildungsreformen. Insgesamt bleibt die Modernisierung des Staates jedoch unvollständig. Alte und neue Ordnungen mischen sich für längere Zeit. Nach den Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 und dem Sturz Napoleons werden die Grenzen Europas auf dem Wiener Kongress 1815 neu gezogen. Preußen erhält die restliche Niederlausitz, Westfalen, Schwedisch-Vorpommern, Teile Sachsens und die Rheinlande. Brandenburg ist nun eine der Provinzen Preußens, bleibt aber mit dem rasch wachsenden Wirtschaftsraum Berlin das Zentrum des Staates. Mit der Industrialisierung und dem Bau der Eisenbahnlinien verändern sich die Beziehungen zwischen den Teilgebieten. Das Rheinland wird zum wichtigsten Industriegebiet, gefolgt von Oberschlesien, dem Mitteldeutschen Industrierevier und dem Ballungsraum Berlin. Im Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland erringt Preußen 1866 mit der Schlacht bei König Graetz den Sieg über Österreich. Schleswig-Holstein kommt damit ganz zu Preußen. Verbündete Österreichs wie Hessen-Nassau oder das Königreich Hannover werden annektiert. Otto von Bismarck erreicht sein eigentliches Ziel nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 1871, das Deutsche Reich. Damit ist zugleich die Geschichte des selbstständigen Königreichs beendet. Am Abend vor seiner Krönung zum deutschen Kaiser bezeichnet Wilhelm I. die Reichsgründung als Abschied von Preußen. Bis zum Ende der Monarchie 1918 blieb der Kaiser auch preußischer König. Je mächtiger das Reich jedoch wurde, desto mehr verlor Preußen an Eigenständigkeit. Das Territorium verändert sich vorerst nicht. Durch den Versailler-Vertrag 1919 verliert der Staat jedoch Teile Posens, Westpreußens und Oberschlesiens an Polen. Danzig wird freie Stadt und das Memelgebiet von 1923 bis 1939 litauisch. In der Weimarer Republik erhält Preußen 1920 eine demokratische Verfassung und mit Otto Braun einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, der bis 1932 regiert. Erst der Preußenputsch des Reichskanzlers von Papen, der Otto Braun ablösen und sich selbst zum Reichskommissar für Preußen ernennen ließ, leitete das Ende des Verfassungsstaates ein. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden auf Beschluss der Potsdamer Konferenz im August 1945 die vorläufigen Grenzen Deutschlands festgelegt. Preußen verliert seine Ostgebiete. Die Neumark, ebenso wie Schlesien, Ostpommern und Ostpreußen, werden polnisch bzw. russisch. Die Provinz Brandenburg büßt etwa 30% ihrer Fläche ein. 1947 wird der preußische Staat durch alliierten Kontrollratsbeschluss aufgelöst. Brandenburg ist eines der fünf Länder in der sowjetischen Besatzungszone. 1949 werden die DDR und die Bundesrepublik Deutschland gegründet. In der DDR kommt es 1952 zur Auflösung der Länder. Brandenburg ist jetzt in die Bezirke Cottbus, Potsdam und Frankfurt-Oder aufgeteilt. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Die letzte Volkskammer der DDR beschließt die Wiedereinführung der Länder. Mit der Vereinigung entsteht am 3. Oktober 1990 das Land Brandenburg wieder neu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 было noite Brasilien. Die Austaus拍ung am 3. Agrepen beim downfall newborn. Die calisation des ZDF für funk, 2017 Bahnt am 8. November 1989